Was ist das eigentlich? Ich finde, du stirbst. Ich sterbe nicht. Sehr gut. Mein Asporn ist... ...from the dark E.K. Der war frech. Ist ja gut! Warte mal, hier ist sowas. Nein, warte! Hat fast gut geklappt. Fast. What the fuck, alter. Das war übel. Das war Obijako. Was hast du ihm getan? Weiß ich nicht. Ich habe einen großen Seelenfall entgegengeschossen. Fand er wahrscheinlich nicht so witzig. So extrem viel Schaden hat er jetzt nicht gemacht. 50 mehr als ein normaler ungefähr. Das gute ist nur noch 50 mal und dann... Haben wir auf dem Weg keine Gegner mehr. Ich kann mir vorstellen, die beiden Fatzken da vorne stehen jetzt gleich auch schon nicht weiter. So häufig haben wir die noch nicht gemacht. Wie die anderen beiden. Na gut, das ist auch wieder wahr. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Ich hatte mal eine... Lebensteine nehmen wir immer. Lebensteine nehmen wir tatsächlich. Das wird schon so viel Ausdauer kommen. Ja. Heute nicht. Oh. Töter wird er nicht mehr, wa? Oh! Du bist runtergekommen. Du Miese. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh. 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 Ihr verhaltet sich nicht so ganz hart gegen. Das können wir aber sehr hochkontrollen. Ich bin eben noch gefragt. Da ist kein Hintron, ne? Ist das so aus. Aber ist noch eine Ruhstellung zu sein. Umweg. So. So. Ui. Mit dir hab ich so schnell nicht gerechnet. Du Miese Maffe. Was? Keine Ahnung. Das war keine Geräusche. Boah. Alter. 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 Ich hab sie sie ein bisschen besser hingelegt. Ist denn jetzt? Englisch nicht. Jetzt liegen sie da, wo sie letztes Mal schon lagen. Ja. Pfff. Tchuu. Wenn er zuhaut, macht es autsch. Äh, bisschen. Ich möchte, dass das der folgende Titel wird. Und wenn er zuhaut, macht er es. Sonst merke ich es mir doch nicht. Schreib es dir auf. So etwas mache ich doch nicht. Ich weiß, du kannst nicht schreiben. Fick dich. Ich weiß. Fick dich, ich weiß. Dass du nur beleidigend werden kannst. Dass hier keine guten Gegenargumente einfallen. Fick dich. Lucha. Guck, mir seid ihr immer noch. Ne, doch. Wir müssen noch unsere 2700 Seelen mehren. Und da irgendwann 5000 fliegen und wir sie mal nicht auch zusammen mitkriegen. Und dann sterben und uns dann ärgern. Aber, hallo. Ich schiebe mir nebenbei nach rechts, falls wir uns wundern. Gucken, ob das im Kuh läuft. Ja, das ist natürlich schon wieder überhaupt nicht drin. Geht meine, ich bin auch fast mal rein. Ich glaube, wir sind da auch als Zauberer nicht so geil für. Wobei, ich kann mir vorstellen, als Nahtkämpfer kriegt man da auch ordentlich auf die Fresse, weil er ist halt einfach extrem schnell und stark. Und ich wollte auch sagen, wenn man ein extremst viel höheren Block wird, wird man nicht haben, als Arschrechtler. Boah! Der war Frieche. Der hat kein Frieche. Der hat mir einen Lockgeschossen. Du hast gesehen, du kannst ihn gleich zwei, drei drücken. Ja. Ja. Ja, ich wollte halt gerne wieder sehen. Ja. Ja. Oh oh. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w's fucking frame drop? Ja trotzdem. Der ist aber zu schnell für diesen Scheiss im Leben. Der heilt dich nebenbei. Nein, nein, nein! nein 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 ruhig die kraft beinahe ja ich kann die Paltballliste tatsächlich benutzen naja stand da gerade ne ich wette die würde ich auch ordentlich schaden machen das ist so ne kleine Mube du Lockscher ja nein 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 knapp überall bleibt er es sah gut aus ach was ein Lutscher ey ich war in ner Rollbewegung der hätte mich gar nicht treffen dürfen Rollen ist der Block für alles Rollen ist der Block für alles wir haben jedes mal weniger Leben 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 ja noch haben wir 6 Mannschaftlichkeiten aber das finde ich auch echt scheiße an dem du verlierst dein Lebenssystem irgendwann hast du einfach verkackt oder nicht? pfff es wird bestimmt immer ne Möglichkeit geben wieder an ne Menschlichkeit zu kommen ach Gott du warst doch noch eh du weißt was für ne lange Lanze der hat ha da ja da hätte ich auch gar nicht mal ne Lanze für mich brechen können aber das Rollen ist das Problem für alles ne in der Tat ja 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 ne ja das war die beste Idee ever Alter ich räume wegen dem Fass nicht Auf, dass du gleich noch in den Abgrund runterfällst, ey. Nein, nein, nein. Ich dachte, jetzt kommt der wieder angeflogen. Da wollte ich schießen, hat er nicht gemacht. Komm, ich mach. Ich bin schon einige drüge. In dem Moment hätte der Rissler wohl auch schon mal. Ich bin schon bald. Bordy, dance, Bordy, dance, dance, dance! Du hast nur 3 Schuss mit den großen, ich weiß nicht, ob du alleine wechseln kannst, wenn du sie aufgenommen hast. Das werden wir sofort feststellen. Aber vielen Dank für den Hinweis, du hast den Bock mit dem Namen. Ja. Oh, ja. Oder nicht. Du Miele BITCH! Nein! Fuck! Oh, ja. Lappen! Nein! Dumm gelaufen, ne? Äh, bisschen. Ich kann den Groen hier rufen. Na, das wird ein anderer Spieler sein. Drachen überall? Berühr mal. Do it. Aber das ist ein Spieler. Oder sowas. Mach mal. Du bist nochmal dran, wenn es ein Spiel hat und du stirbst. Nein, nein. Warte, warte, warte. Wenn du es tust, dann sind die Seelen weg, wenn du stirbst. 4400. 4400. Tu es nicht. Lass es. Geh weg. Biestig. Ich wage zu bezweifeln, dass es PvP ist. Ich denke, es wäre unterstützend gewesen. Aber... Wenn man da stirbt. Hm, ja. Von Drachenüberreste? Kleine Ahnung, du. Wie seid ihr immer noch da? Meine Gülle, jetzt dürft ihr auch langsam mal die spawnen. Wie? Dann die Seelen. Ich weiß nicht. Wo? Wo? Die wissen schon warum. Also die sind die Macher. Ja. Ohhhh. Oh ja, ich hatte ihn fast schon. Noch 3-4 Treffer und er wird tot gerichtet. Drei. Ach, Chromiu. So, wie weit bist du jetzt nach hinten gerannt mit den Seelen? Relativ weit und rechts. Du kannst ja auch da oben gucken, wo die liegen. Halt ja eh noch gerade den Rest. Die müssten da um die Ecke liegen direkt. Da vorne liegen sie gleich an. Ja, das ist gut. Also ran kommst du auf jeden Fall. Und danach, Praise the Sascha, machst ihm platt. Genau, das kann ich dann gleich erstmal wegbekommen. Äh, kein... Er staft dann aber auch immer ein bisschen. Im Grunde hat er ein durchschaubares Moveset, aber... Was? Die Seelen hast du jetzt aber scheiße entgelegt. Okay, Praise nächste Sascha. Praise the Krishi. Nicht, dass wir mit jedem mal mehr Leben hätten, ne? Wäre ja langweilig. Ist ja fast nicht mittlerweile, den wir nicht mehr haben können. Ich würde fast in Erwägung ziehen. Wenn wir jetzt noch zwei, dreimal sterben, dann heilen wir uns wieder, ne? Und ich tanze, 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 denn ich habe eine Lanze. Wenn wir singen, faul, jetzt fällt dir nicht ein. Komm, mach, 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 fällt dir nicht ein. Komm, rein, rein. Ihr alle spürt die Fein. Ich lass das Ding lieber sein. Ich lass das Ding lieber sein. Schieß doch endlich. Warte, nachts. Dann steht das wieder unten, ja, weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Dann haben wir jetzt bald auch noch eine 105. Eine Collection. Oh, der Rest fährt sich nicht. Ja, richtig, ja. Okay, nein. Cool, jetzt haben wir sowas. Rücken zu können, würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber gut. Doch, doch, alles geplant. Mega save, mega save. No, 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 no. Ja, das darf ich jetzt schon mal noch. Also eigentlich läuft mir nicht egal, aber... So! Wut, wut, wut! Mein Liebescheid! Aber ich hab sie dir an die Tür genommen. Das tut mir so krank einfach. Das tut mir allein. Ich kann nicht. Wut, wut, wut. Ich weiß. Wir spielen seit einer Stunde und sind drei Räume weit gekommen, ey. Alter. Das dreht mich grad richtig auf. Weißt du, was das geilste ist? Wetten der Boss ist optional. Ja, aber das darf ich mir jetzt nicht so sehen. Ich auch nicht. Ich wüsste nicht, wo es weitergehen soll. Aber es wäre übel. Deswegen jetzt erstmal so eine Stunde lang so einen optionalen Boss klappen. Die sind weg. Jetzt sind wir so schlecht. Finally. Die müssten bestimmt noch ein, zwei Mal da rein. Ja, die sind auch ein paar Mal da rein. Ja, die sind auch ein paar Mal da rein. Also wenn man zu einem Boss ununterbrauchen laufen kann, weil man andauernd die Gegner unterwegs besiegen muss. Du sagst ja nicht mehr despawn, dann hat man schon sowas weiter gemacht, glaube ich. Respawn jetzt. Oh, dein Mauland muss erlauben. Du hast was von despawn. Oh, nein, respawn natürlich. Respawn. Wie Reese Witherspoon oder so. Ja. Das war einen ganzen Ticken schwerer. Hab ich auch gerade gedacht, probier mal. Da sind wir über 50% dann. Probier mal, vielleicht wollen wir ja trotzdem gleich. Und es hat ein bisschen mehr Rüstung, also in Ordnung. Richtig, für jetzt gerade. Jetzt ist alles erlaubt, was hilft. Okay. Moment. Hallo. Hallo. Was habe ich hier nämlich auch gehabt? Ich glaube, das kommt, wenn man drückt und keine Ausdauer hat. Dann macht er das nicht nachträglich, wenn man wieder ausgehört, sondern er macht es halt einfach gar nicht. Oh, Hure. Der zerspringt jetzt vom Dumpen. Wuhu, Kömmer. Flachkömmer. Oh, ja. Oh, oh. Oh, oh. Drei gehen. Vier gehen. Vier gehen. Vier gehen. Vier gehen. Nein. Ich hätte eben gerade geschossen, bevor ich an die setze hatte. Das war nicht ganz so clever. Das ist doch ne Scheiße, ey. Dumme. Oh. Wuhu. Das wär übel geil. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Du hast ihn abgedreht. Ja. Der Fallerfaller wollte ich aber sprechen. Noch einer, noch einer, noch einer. Ich hab angreifen gedrückt. Du Hure. Du musst dir am besten überraschen. Ja, gut. Wir gehen hier extensiv. Aber dann scheint es weiter zu gehen. Oh, der Typ f*** mich ab, ey. I do understand. Ich will meinen Warcamper in Harvels Rüstung, der da irgendwo stehen bleiben kann und ihm aufs Maul hauen kann. Jetzt noch Import Dark Souls 1 Charakter. Set active. Ah, der Typ ist doch scheiße. Hey, es sind nur 5000 Segen, die da jetzt liegen. Mit deinem Segen würde ich gerne eine Menschlichkeit benutzen. Ich möchte jetzt noch einmal volles Leben, und dann mache ich ihn gleich. Wenn ich ihn hier an ihm vorhabe. Wenn ich ihn nicht an ihm vorhabe. Frech finde ich aber auch, dass Menschlichkeiten hier kein Leben mehr zu regenerieren scheinen. Also zumindest wenn man eine Benutzung wieder Leben da zupricht, dann fühlt sich hier die Lebensbehaltung an. Wäre vielleicht so gewesen, es haben Feuer zu machen, ne? Aber gut, ich kann auch eine Flaschen. Nein! Ach, das ist doch scheiße. Ja, das ärgert mich trotzdem. Ja, das ärgert mich trotzdem. Jusen! Ja, das ist doch gar nicht. WTF war das? Das hat er noch nicht gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es der gleiche Amt gibt wie sonst. Weil wir unser... Ich kann nicht rumglitschen. Achtung! Entschuldigung, ich bin nicht bewegt. Hab ich. Weil mich so früh reagiert, wie ich wollte. Das ist fast! Nein, das war dumm. Das war sehr dumm. Das war sehr dumm. Ich geb's zu, ich geb's zu, ich geb's zu. Ich kann aber auch nichts machen, wenn er noch so viel zu Ende bringt, ne? Ihnen gedacht? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Das war also. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Oh, das war zu spät. Das war zu spät. Oh, das war zu spät. Oh, das war zu spät. Oh, das war zu spät. Das sagt mir auch keiner, ne? Ne, ne, alles gut, ich hab auch nicht mehr überlegt. Das hat so wenig gefehlt und dann ging der See in Fall nicht mehr. Ja, das war dumm. Warum lachst du so? Das ist so gemein. Das ist mega witzig grad. Nein, das ist nicht witzig. Scheiße. Drei Seelenpfeile mehr und ich hätte ihn gehabt. No. Aber nein, Ammunition ist empty. Boah, legen die Seelen jetzt wieder richtig geil. Ja, Premium. 7700, glaub ich, ne? So viele sind's schon. Ja, irgendwie sowas. Das war was mit 7, hab ich vorne noch gesehen, als ich gestorben bin. Das sind ja schon drei Level mittlerweile. Ja, plus die 10, 20, 15.000, die er gibt. Ich kann so ein bisschen von aufsteigen, wenn wir ihn jetzt machen. Ich kann so ein bisschen von aufsteigen, wenn wir ihn jetzt machen. So, ne? Erstmal ordentlich rein drücken, rechts rum rollen, hinten den Rücken. Okay. Seelen da. Ja. Nebel ist der Ernsthaft. Super, 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 super. Nice. Und hier vertreten wir jetzt. Das war nicht lang, das ich vorher nie provozieren wollte. Oh, die Säme. Ja. Können, jungen. Warte, warte! Warte, warte, warte! Und da geht es tatsächlich weiter. Und davon war auch schon weg. Zurück zum Feuer? Ja, ne? Ich kann mir eigentlich fast vorstellen, dass da vorne eins auf uns warten wird. Jetzt würde ich erstmal kurz... Du hattest Leben gebracht. Du hast keine Ahnung was gebracht. Darum gucke ich hier erstmal. Wow! Das bringt's. Darf ich noch schwerer? Dieser eine Gewichtspunkt macht jetzt nicht so viel, aber... Was war das andere? Das ist seine Seele. Zum Erwerb zahlreicher Seelen. Oder? Der Hinweis ist ja auch schon wieder geil, ey. Das wird wie in Deibs-Struz 1 sein, oder? Oder etwas außerordentlich Wertvolles zu erschaffen. Okay, da steht aber bei jeder diese großen Seelen. Ich würde sagen, einmal zurück zum Feuer. Ja, gut. Muss man kurz gucken, wie spät das ist. Das ist 10 vor 8 gleich. 10 vor 8 gleich? Ja. Wollen wir dann gleich auch speitern? Meine Wühne. Die Generale weiter nach Hause fahren und so. Stell dir das an. Stimmt, ne? Nur über eine Stunde für den Fucker hätte es gebraucht, ey. Puh, Alter. Übelst. Übelst einfach. Aber du hast es am Ende echt souverän gemacht. Jetzt hat man sich gefragt, warum nicht gleich so. Das war eigentlich voll einfach. Nein, wir müssen erstmal eine Stunde sein Moves jetzt studieren, bevor wir das auf die Reihe kriegen. Ja, keine Ahnung. Aber das ist dann... Das ist Dark Souls. Diese Erlösung, wenn man es geschafft hat. Das Try and Error und rausfinden und irgendwann hat man ihn halt ein. Ja. Das ist das, was Dark Souls ausmacht. So, 6 Level. Auf was gehen wir? Ja, schauen wir mal. Ich glaube, auf Zauber zu gehen macht jetzt erstmal nicht so viel Sinn. Aber es ist nicht so sonderlich viel dringend. Auf jeden Fall wäre er auch Intelligenz, würde ich sagen. Das bringt ja richtig viel Sinn. Was ist denn da los? Ich glaube, 20 steigt das langsamer, oder nicht? Okay, Ding, wie? Ne. Drei Stufen und einen Angriffspunkt mehr auf die rechte Waffe? Hurra. What the fuck? Ich würde sagen, gib mal ein bisschen was in Vitalität. Ja. So bis 10. Hast du wieder echt Versteinerungsresistenz? Ja. What the fuck? Ja, würde ich sagen, machen wir nur 90 TP dazu. Bei Konditionen kann man jetzt auch Treffer gut sind das nett. Das nett, nehmen wir. 2. Belastung 2. Wir können auch gerade noch ein bisschen, was wir mitnehmen können. Wenn wir 2 Zauber nehmen, dann erhöht sich unsere Zaubergeschwindigkeit. Oder 3 halt da rein, ne? Noch ein und dann noch eine mehr Waffe. Ist jetzt nicht so geil angelegt, ne? Ich würde sagen, ein Intelligenz und zwei Zauber. Auch das so. So würde ich sagen. Ist ja mein Tipp. Okay. So schnell sind 24.000 Seelen weg. Ja. Bam. Und wir machen trotzdem nicht mehr Schaden. Nein. Geil, ne? Geronimo! Nein. Das will ich nächstes Mal mal wieder anfangen. So, jetzt noch einmal kurz gucken. Wie viele Tone haben wir denn mittlerweile erreicht? Eine Menge. Wie weit. Jetzt sind es 36.423.475. Ich glaube, als wir letztes Mal gespielt haben, waren es 33 Millionen, oder? Kann nicht sein. Aber ich denke mal, es ist Dark Souls plus Dark Souls 2 School of the First Sin. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es rein School of the First Sin ist, was ich das ja laut From Software irgendwie 4.000 bis 500.000 Mal bis jetzt verkauft habe. Ach, guck mal, sie sitzt jetzt hier. Oh, sie sitzt jetzt hier. Hat sie was noches? Komm, sie ist für dich auf dem Schaden. Sorry. So, du hast ein zerbrochenes gerade Schwert. Nehme ich auf jeden Fall. Okay, hier kann man Menschenbilder kaufen. Maximal 5. Was bringt der Schlüssel? Was ist das für einer? Das ist für einen Schmied. Achso, den hat sie auch immer noch. Ne, hat sie nicht mehr. Ah, 0. Okay. Ich hätte das vorher gesehen, hätte ich glaube ich echt 12.000 da reingesetzt. Shit, das ärgert mich jetzt. Ja. Also wir wollen sagen Ende für heute. Würde ich vorschlagen. Ja gut, interessiert ihr jetzt schon, wo es dahin geht, aber... Ja, aber das finden wir beim nächsten Mal raus. Wann ist nächstes Mal? Morgen Abend? Ich komme rum, Junge. Morgen sollte man passen. Donnerstag nicht unbedingt. Ne, Donnerstag kann ich auch nicht. Na gut, Leute, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch zur nächsten Session, beziehungsweise zur nächsten Folge wieder einschaltet. Haut rein, bis die Tage. Tschüss. Tschüss.